Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der diesjährigen Polton Sound 2018 und wir sind am Stand von Voice Acoustic. Und diesmal gibt es keinen Lautsprecher, sondern was Metallisches. Was hat es denn damit auf sich? Wir haben euch heute mal eine Audio-Lösung für 80% der Rental-Companies in Deutschland mitgebracht. Und zwar ist das der neue Voice Acoustic PA Tower. Lautsprecher präsentieren wir dieses Jahr nicht, weil die Entwicklung zieht sich immer ein bisschen länger hin. Und das, was wir nächstes Jahr zeigen, ist dann auch wirklich mal lieferbar. Und wir haben ja unser IKRAE 8 jetzt kurz vor der Serienreife und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wie kriegen die Anwender das eigentlich auf Höhe, wenn man keine Frontrasse hat? Und dieses Problem, das haben ja etliche Companies im mobilen Einsatz. Das wird dann meistens gelöst mit VMB oder WIRP oder Gabriel Gabelliften. Die Teile haben aber ein extrem hohes Eigengewicht von 120 Kilo aufwärts, sind alleine kaum zu handeln. Hohes Transportgewicht, sind sehr teuer und müssen auch immer zur Sachverständigenprüfung jedes Jahr. Und so einen 120 Kilo Liften... Vor allem den ganzen Lift einschicken, das ist halt das Nervige. Genau, den ganzen Lift einzuschicken, ist das Nervige. Und bei uns, wir haben hier eine sehr elegante Base. Das Ganze ist auch Gala-fähig, sieht sehr dezent aus, also ideal auch für Indoor-Applications. Wir haben nivellierbare Füße unten drin. Es wird ein 1-Meter-Stück Traverse angebaut. Da kommt hinten mit Rastschellen die Winde herangebaut. Dann haben wir hier vorne die Knick-Elemente. Und sozusagen wird mit der Handwinne dieser ganze Mast auch aufgerichtet. Also das wird auf dem Boden zusammengebollt, es kommt die Head-Sektion oben drauf. Und ein Mann alleine kann dieses Teil in 10 bis 12 Minuten aufbauen. Das geht ja auch recht schnell. Die Teile sind alle so leicht, dass man die alleine tragen kann. Das geht sehr schnell. Man braucht die Traverse nicht dazukaufen. Man kann die Standard-Trust nehmen, die man bereits im Lager hat. Ob das Global oder Pro-Light oder Euro-Trust ist. Das heißt, ja verschiedene Eier praktisch. Einfach raufschrauben. Wir haben verschiedene Halbbonus nachher und das können wir dann machen. Und die Statik wird dann auch für verschiedene Traversensysteme gerechnet. Wir haben oben die Head-Sektion, der Ausleger. Der hat verstellbare Punkte für die Umlenkrollen. Und zwar, wenn ich jetzt ein stark gekurftes Array habe, muss ich weiter nach vorne gehen mit der Auslegung, damit ich hinten am Tower nicht anhaue und das Curving erreichen kann. Und dann singt natürlich meine Traglast. Wenn ich jetzt eine alte Horn-PA oder Cluster-PA habe, dann kann ich die Aufnahmepunkte oben von dem Ausleger weiter nach hinten setzen. Das geht auch in Sekundenschnelle. Das ist einfach nur gesplintet. Das heißt, kleineren Hebel und damit wahrscheinlich eine höhere Last. Genau, kleineren Hebel und dann habe ich eine höhere Last hinten. Dann haben wir noch eine Besonderheit bei diesem Tower. Und zwar haben wir einmal das Stahlseil, das Tragseil mit der Winde. Und dann ziehen wir noch manuell mit der Hand und einem Reutlinger ein zweites Stahlseil mit. Das ist die zweite unabhängige Sicherung laut BGVC1. Also ihr braucht nicht mehr hochkrabbeln und das Ding tothängen. Und zusätzlich sichert das Seil gleich die PA gegen Wegdrehen. Das heißt, ich habe auch nicht nur diese kleinen, wirklich hässlichen, sage ich mal, kleinen Schlürchen. Ihr braucht keine Spannseile mehr. Also ist gleich eine tolle Two-in-One-Lösung da. Und das Ganze halt leichtgewichtig, kostengünstig, galafähig, sehr elegant alleine aufzubauen. Und hat viele Vorteile. Und wir haben hier sehr gute Resonanzen auf der Messe erstmal von den Besuchern hier, die dieses Teil echt haben müssen, die sind schon heiß da drauf. Und auch von den anderen Lautsprecher herstellen. Also beim Aufbau haben uns schon einige angesprochen. Wo kann man das Teil kaufen? Das möchten wir unseren Kunden auch anbieten. Also das ist eine Eigenentwicklung von Voice-Akustik. Da sind unsere Ideen eingeflossen. Und wir lassen das bauen vom deutschen Bühnenhersteller. Das Teil ist wirklich made in Germany. Es gibt dann eine Statik nachher für die verschiedenen Applikationen auch. Also mal wieder ein tolles, innovatives Voice-Akustik-Produkt. Ich wollte gerade sagen, was ich ebenfalls sehr schön finde, ist, dass die Bässe hier unten stehen. Und vor allem erstmal habe ich kein Problem mit dem Timer-Liming, weil ich habe sie auf einem Fleck. Ich brauche es nicht daneben, ich darf vorstellen. Und vor allem, ich habe die Füße verdeckt. Genau, man hat die Füße verdeckt. Wir haben hier jetzt eine Stacking-Platte. Die hat verschiedene Ausfräsungen für unsere Bässe. Für die Gummifüße, die rasten gleich ein. Ich kann zwei Paveo Sub-118 nebeneinander draufpacken. In der Mitte kann ich die Single-18er auch hochkant draufstellen. Und die hat auch die Aufnahmen für den Doppel-18er, für den Paveo Sub-218. Wir werden die Platten aber auch anbieten für verschiedene Bässe. Wenn jetzt einer L-Akustik-Nexo hat und unseren Tower nutzen möchte oder Coda, whatever, der kriegt dann auch die Stacking-Platte mit den Ausfräsungen für seine Bässe, die er im Lager hat. Also das Ding ist nicht nur für Voice-Akustik-Lautsprecher, sondern das können 80% der Red-Rekombien sicherlich auch gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, ich finde das, dass man für eure Boxen gehen kann, sondern dass wirklich jeder seine Lautsprecher da reinhängen kann und glücklich sein kann, weil es schnell geht. Maximale Höhe ist 4,99 Meter, also unter 5 Meter, dass wir nachher kein Baubuch prüfen. Das macht die ganze, kein Baubuch brauchen. 99, das ist natürlich gut. Ja, man muss unter 5 Meter sein dafür und das macht die ganze Sache noch ein bisschen einfacher. Also es gibt für große Outdoor-Events gibt es schon andere Lösungen da, die dann irgendwie eine halbe Tonne tragen. Das ist wirklich für eine kleine, feine Rental-Companie, die auch Gala-Events und sowas macht. Ja, für Arc of Tenor Array und sowas ist es gedacht. Super, super Lösung. Genau. Ja, nicht schlecht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Stefan. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nico, danke für deinen Besuch. Ja, natürlich immer. Also hier ist sowieso Pflicht, ist ja wohl klar. Alle weiteren Infos an meiner Videobeschreibung, Link zu eurer Homepage, Facebook-Seite und so weiter. Könnt ihr mal auschecken und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.